So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Samurai Warriors 4.2. Wir machen die letzte Map hier, auf normal natürlich. Und ja, viel Spaß mit den Cutscenes. Das war's. 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 Das war's Das war's Das war's. 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 31 00. Mainz. 2 00. 1 00. 2 00. die da ins Gras beißen will. Oh, das ist der Fukushima. Wir machen aber viel Damage da. Wie es blockt. Die scheiß Mies-Kreatur, die geschissene. Schaut euch das an. Jetzt da. So. Haben wir das auch fertig. So, gib uns das nächste Ziel gleich da oben, okay? Gehen wir gleich rauf, da. Da, der Boss rennt mir hinterher. Da vor mir jetzt. Ich komme und helfe dir. Ich komme und helfe dir. Ja, 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 ja. Ich mochte schon. Keine Panik. Ich bin mit dem Krakus und Krakus. Ich kann es nicht verhindern. So, jetzt muss ich wieder rauf gehen. Super toll. So, man mental ganz kurz. Sind das beide? Ja, sehr gut. Geht schon? Machen wir die normale Ultimate. Schauen wir mal, dass wir einen davon mal in die Goschen hauen können. Eins, zwei und... Schatz. Gib her dein Item. Dankeschön. So. Das wird dir nicht viel helfen, wenn du da in der Menge drinnen bist. Jo, ich weiß, dass ich da drunter muss. Danke, dass du mir sagst. Nochmals. Ich will aber trotzdem den da oben noch fertig machen. Perfekt. So. Und Charakter-Switch. So, schauen wir mal. Das sind drei Leute. Kann ich euch irgendwie da zusammenraufen, ha? Ich bin da. Geht schon, mach. Keiner. Kein einziger ist gestorben. Böse. Böse. Okay. Jetzt haben wir an. Besser ist nix. Der Typ neben mir ist auch gleich down. Gegangen. Das ist gut. So, da unten haben wir keinen mehr. Da haben wir noch einen. Uh, das ist er. Dann machen wir noch mal diese Fähigkeit, bitte. So, der andere Charakter hängt gerade auf. Das ist gut. Das gefällt mir. Nein, jetzt bleibt er wieder stehen. So, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Clear. So, und Charakter-Switch. Geh mal schon. Geh mal. Geh mal. Da eine. Das sollten zwei sein. Ja. Sind das auch. Und geht schon. Beide down. Ich hab keine Ahnung. Nein, einer lebt noch. Geht's da? Jetzt hab ich irgendeinen umgehauen. Ich hab aber keine Ahnung wen. Der hat überlebt. Auch kein Problem. Ist auch weg. Wo ist es? So. Dann da runter mit dir. Na, ich treff keinen. Geht's auf. Mach. Stehen alle drei beieinander. Das ist gut. Vielleicht geht einer davon down. Das wäre super leibend. Einer ist down. Der andere fast. Fast, hab ich gesagt. Jetzt da. Und jetzt ist er down. Sehr gut. Drei von drei. So, her mit dem Ding. So, wo willst du denn, dass ich hingehe, ha? Da können wir ein bisschen aufräumen. Ein bisschen aufskillen. Gut. Sie ist fertig aufgeskillt. Das gefällt mir. So, wohin muss ich denn? Darunter will er, dass ich gehe. Okay. Komm, bewege dich. Ah, da haben wir ein paar Rackenkommandanten. Das ist gut. Und da willst du, dass ich raufgehe. Okay. Oh, da stirb jetzt. Gibt's ja nicht. So, da willst du, dass ich weiter runtergehe. Okay. Jetzt kommen sie alle auf einmal überall raus. Aus meinen Lagern. Ist ja eh klar. Ja, passt schon. Ja, ich weiß, dass ich die jetzt alle umbracken muss. Aber ich brauche jetzt einmal die da um. Geht schon? Ist gut? Ist gut. So, da haben wir eins, zwei. Wo ist drei, vier? Wo ist drei, vier? Ich habe keine Ahnung. So. Du bleibst einfach da stehen. Das finde ich auch super laiwand von dir. Ja, ich bin ja gerade dabei, dass ich da raufgehe. So, aktivieren wir die Super. Und geht schon. Was? So, zwei down. Jetzt kann ich mich wieder bewegen. Okay. Okay, okay, okay. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Da wäre es gut, wenn ich mit ihr dorthin komme. Nämlich sie hat noch die Super. Dann könnte ich die nochmal da dagegen verwenden, natürlich. Geht's weg, da? Geht's weg, da? Okay, gut. Jetzt kriegen sie auch noch Feuerunterstützung, unsere lieben Feinde. Wahnsinn, super. Leiband ist das, super, ist das. Und geht schon. Super. Haben wir alle getroffen? Ich glaube schon, oder? Scheint so. So, da oben noch. Genau. So, irgendwo da drinnen. Da drinnen. Da drinnen. Da, da, da. Da. Da ist er. Geht's. Okay. So, wohin, wohin, wohin? Jetzt wieder ganz runter, da? Nein. Okay. Einmal in den Kreis gelaufen hier. So. A la Michael Bay. Habe ich jetzt ja die Kamera schön gedreht. Wahnsinn. Und ich habe keine Ahnung, warum die so stark sind. Schaut euch mal da links. Ganz links. Schaut euch das an. Bist du deppert. Okay, machen wir zuerst den rechten, würde ich sagen. Und dann machen wir die linken. So, Gates are open steht da. Okay, sehr schön. So, da haben wir an. So, genau. Da wollte ich ja jetzt rüberlaufen. Danke, dass du mir sagst. Da braucht wer was zum Essen. Ja, sie braucht was zum Essen. Also er, Entschuldigung. Da haben wir sogar noch eine Waffe. Und da drinnen war was zum Essen. Da. So. Während du da rauf rennst, rennst du da umme. Ähm. Ah, da ist einer. Wieso rennt der nicht da rüber, der scheiß Charakter? Wieso rennt der da rauf, der Charakter? Ja. Du wirst mich auch noch ficken, gell? Wirklich. Na gut. Gehen wir da runter. Der nehmen wir mit. Geht schon. Zack, 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 zack. Einmal können wir es verwenden, oder? Einmal. Einmal. Zweimal. So, weiter. Auf dem wird jetzt pfiffen da. Ich muss runter zu den Rufzeichen. Warum auch immer du da rauf gehen musst, um diesen Typen da jetzt einen in die Goschen zu hauen. Dann ist es wurscht. Zack. Und durch da jetzt da. Kommt her. Sehr gut. Beide troffen. Nehmen wir auch mit. Wo ist das andere Item? Da unten. Am Ende der Welt. So, zwei bleiben noch. Ich bin gleich da. Nur keinen Stress, bitte. Okay, da läuft er an mir vorbei, einfach. Ehrlich, der läuft da einfach an mir vorbei. Den ist doch scheißegal, dass ich da stehe. So, der ist mal down, das ist gut. Danke. Wo ist der andere? Ah, jetzt habe ich es unabsichtlich reindrückt. Wurscht. Dann verwenden wir es gleich auch. Zwar unnötig, aber es wurscht. So, vier, vier. Vier von vier. Wo ist er hingefallen? Da hinten, okay. So, und Charakter-Switch. Geht schon, mach. So, very nice. Das haben wir ja auch. So, jetzt. Aber langsam muss ich doch reinkommen nochmal zum Boss, oder? Nein. Er will, dass ich da rüberge... Er will, dass ich da rübergehe. So, geht schon, geh mal. So, du musst mal aufladen, dass wir wenigstens die haben. Danke. Wie viele sind denn das? Ehe nur zwei. Okay, passt. Dann ist es nicht so stressig. Dann ist es nicht so stressig. Wo, 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 wo. Komm, komm, komm. Gib Gas. Turbo. Und aktivieren. Genau. Nichts da. Lass mich. So, danke. Essen brauchen wir nicht. Das da hinten wollen wir haben. So, naja, jetzt habe ich mich verdrückt. Entschuldigung. Wollt Characterswitch machen. So, gehen wir nochmal in die Mitte runter. Da kommt er schon auf uns zugelaufen. Der extravagante Mausi Bear. Ja. Der extravagante Mausi Bear. Kannst du bitte jetzt sterben. Danke. Okay, da könnte man einmal, glaube ich, draufdrücken, oder? Ich glaube, da könnte man nochmal draufdrücken, oder? Ich glaube, da könnte man nochmal draufdrücken, oder? Danke, dass ich ihn down machen muss. Danke, dass du mir sagst. So, was hast du ihn fallen lassen? Okay, passt. Und weg mit ihm. Perfekt. So, ab zum Boss, oder? Ab zum Boss. Ab zum Boss. Komm, kommt, 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 kommt. Geh mal. Boah, das ist noch ein weiter Weg bis dorthin. Ich hoffe, dass keiner stirbt von meinen Leuten. Siem sollte ich auch noch aufwerten. Sehe ich gerade. Das können wir eh selber machen. So, und geht schon. Geh mal. Einfach du. Einfach du. Passt schon. So, ich bin gleich da. Bin gleich da. Ich helfe dir gleich. Bin schon da. Bin schon da. So, da fliegt er gerade. Leiband. Verliert gut. Gut die Leben. Wirklich. So, komm her da, du mieser Wichser. So, das war's. Durchgespült, oder? Ja. Haha. Das schaut cool aus. Er bleibt da sitzen und zittert. Jetzt steht er auf und rennt weg. Okay. So, fertig sind wir. Fertig mit der Geschichte. Gut habe ich das gemacht. Gut, gut, gut. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Bla, bla. 27 Minuten bis Stepper. Das ist schon heftig. Lang dafür braucht. Aber ja, war auch die letzte Map. Viel Spaß mit der K10. Warte, ich drück schnell. Ah, schneller. Noch schneller. Und zack, 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 zack. Ja, jetzt muss ich nochmal aussortieren. Ja, jetzt muss ich nochmal aussortieren. Und weg. Und jetzt. Viel Spaß mit der K10. Nach dem Ladebildschirm. Nach dem Ladebildschirm. Gut. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich glaube, dass ich noch nicht... Das ist ein Schuss, oder? Das ist ein Schuss, oder? Geht's? Das war's für mich. Ich bin Sawa Yamashoto und Shima Sakonda. Ich bin Sawa Yamashoto und Shima Sakonda. Ich bin Sawa Yamashoto und Shima Sakonda. Ich bin Sawa Yamashoto und Shima Sakonda.